Da ist der Stripclub und ich glaube damit ist es an der Zeit für uns das finale Ding endlich durchzuziehen. Zumindest das große Ding, denn die Vorbereitungen sind getroffen. Also ab zurück ins neue Heim, in den Stripclub und mal mit dem Rest besprechen, wie wir das Ganze nun angehen. Ah, hier, put this on. Ich weiß, ich werde das Ort für die Kameras schnauern, wenn du weg bist, Peeper. Hey, wenn das Ding ist, die Mädchen werden mir videoieren. Nein, das wird nicht passieren. Was wird nicht passieren? 400 Millionen Dollar nicht machte diesen Mann einen Spieler, und es ist nicht machte dich eine gute Person. Jetzt auf deine Kleine. Hey, also sind wir bereit, um das Ding zu verbrechen, richtig? Ja, ja, also wenn du eigentlich getroffen bist, dann vielleicht du. Geil, Mann, es ist wirklich so weit. Das große Ding, meine lieben Freunde. So, und wir dürfen erstmal als Michael spielen. So, dann fahren wir mal zur Bank. Wir machen sehr oft die radikale Tour. Hoffentlich war das eine gute Entscheidung. Aber ja, das wird bestimmt saugeil. Da freue ich mich jetzt hart drauf. Wir brauchen Lester in the air, running comms and managing the link-up with the train. Some Renner Hood ain't gonna be able to handle logistics, Tee. Renner Hood? Äh, wo ist das Problem? Alter, was für ein Teil, Mann! Ach, du Scheiße. Okay. Ja, doch, die Tour gefällt mir. Nicht so einfach hier. Sag mal. Wer ist denn jeder Scheißkante hängen? Geht's hier überhaupt weiter? Ich häng hier schon wieder irgendwo fest. Warte mal. Sag mal, das ist... Ja. Ja, weil es nicht so einfach zum Lenken ist, so Lappen. So. Jetzt hat... Boah! Aber volle Breitseite, Mann. Oh, mein Gott. Ey, da weißt du Bescheid, gell? Okay. Dann mal auf geht's. Los, 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 los. Ach, hier muss ich schon was... Äh, und wie platziert die? Achso, wahrscheinlich muss ich das mit der Hand machen. Hab ich überhaupt welche? Äh, Haftbomben dann, oder? Ja. Ja, ist ja gut. Schau mal an, der Frank hat alle... ...alle Ruhe der Welt, so. So, sorry für den kurzen Cut. Sprengeln wir die Scheißi. Los. Boom, babe. Warum willst du denn jetzt jemanden anrufen? Willst du mich verarschen? Brauchen wir eine verdammte Waffe jetzt erstmal. So, wo kommen die? Ja, da sind sie ja schon. Ach, die hab ich schon alle down gekriegt. Das ist ja wunderbar. Ja, klar kommen die hier alle durch den Tunnel. Oh, schön reingelaufen. Wie, das Gold ist nicht im Tresor, Mann. Oh, shit, 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 shit. Boah, schaut euch mal das Geld an. Ah, ist einer da. Der lebt noch, der Wichser da hinten. Geil, Mann. Oh, shit, over hier, dog. Oh, wieder weg, ja. Zeigen mal, gut gemacht. Ich hab' von der anderen Seite kommen welche. Ach, die Scheiße, wo bin ich jetzt? Ah! Oh Gott, ich bin irgendwo untergefallen. Jetzt stimmt uns der Chefkoch gleich weg. Das hätte ich nicht unbedingt gesehen dürfen. Wo ist denn der Letzte? Was ist denn jetzt los? Chefkoch gestorben, oder was? Hä? Der Container ist vom Media abgekoppelt. Willst du mich verarschen? Was hat der denn jetzt bitte falsch gemacht? Ich hab' wohl'n Witz. Also, diesmal fall' ich aber auch nicht runter. Okay, sie verschwinden zu Fuß. Du bist vielleicht halt auch nicht zu langsam gewechselt, oder so. So, okay, passt. Fliegt aus der Stadt. Ja, das sieht eigentlich viel zu einfach aus, oder? Okay, wechseln zum Michael. Der müsste jetzt drinnen sein, oder? Oder noch? Oder, keine Ahnung, vielleicht ist er auch schon weg. Nee, da ist irgendwie auch schon etwas weiter. Oder ist das doch noch die Bank? Nee, das ist definitiv noch die Bank. Push through! F setze die Branche über die Straße! Okay, das dürfte jetzt wahrscheinlich auch nochmal etwas schwieriger werden. Oh, Polizei-Heli. Are you kidding me? Where'd all the news guys go? Was there another robbery? Damn, you made it. Whoo! After doing the walk in the Union Depository, man. It was a whole lot less successful than your lick, but we needed to divide attention. Whoo, God! Hey, come on! We gotta get across the bridge! Shit! You don't wanna screw with me. We will go through you! Don't get in our way! So, wechseln wir jetzt einfach mal... Oh, er hat gar nicht die richtigen Waffen dafür. Shit. War ich nicht gut einkaufen. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Okay, weiter, 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 weiter. So, Chopper weg. Puh! Schneller, jungs. Schneller. Und wieder ein Chopper. Oh, schön erwischt. I'm picking up talk on the Meriweather Channel. They know we hit the UD and they're planning some vigilantism. Public law enforcement is doing just by trying to kill us. So tell them not the father. Weiter, 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 weiter. Up the stairs, man! Come on! Ah, wir sollen hier hoch, okay. Na toll. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ansonsten sieht das nämlich nicht gut aus. Ah ja, hier oben. Das ist ein netter Checkpoint. Ich werde aber gleich den Heavy erwischen. Jo. So stellen wir das schon eher vor. Ganz genau, schnell bewegen. Fünf Sterne, gut, dass wir eine Mutation haben. Oh, Chopper. Alter, hab ich da schon getroffen. Fehlt mir nur, dass einer so auf mich fliegt. Ja, bin schon da. Sollen wir jetzt wieder runter, oder was? Also nicht runter. Ach, jetzt, hier, die Rampen muss es unbedingt sein. Komm. Komm, wir haben doch hier eine Karre. Komm, 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 komm. Natürlich kommt da was. Oh, schräg, schräg, schräg. Oh, noch einer. Oh, shit, man. Heilige Scheiße, ist hier was los. Wir schaffen das. Hängen die Bullen ab. Als wäre das so einfach. Mit fünf Sternen. Das heißt, am besten mal... Drive, dog, shit, come on. Drive, asshole, drive. Ja. Mal in die Richtung. Ich hoffe, der kommt nicht von unten. Sieht gut aus, dass die oben waren. Shit, die ist in der Straßensperre, oder? Das ist jetzt nicht so schlimm. Gut, dass ich uns hier so einen schnellen besorgt habe. Und jetzt einfach aus der Stadt verschwinden. Du verlierst den Kopf.